herzlichen willkommen zurück bei let's play the walking dead ja nun habe ich den fehler gefunden ich habe das falsche gesagt und die stelle dieses irgendwie komisch nicht geladen ich habe einen weiteren Wettbewerb Come on. Like that a hold? Damn well better. There's so many of them. You got the fuel. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Get a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. You're back. Yeah, and we made out pretty good, too. Great work, Kenny. How you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand. Did you get that battery yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. So, read me nochmal mit Ben. What do we still need? We already got the fuel in the battery. Once we find some medicine, we'll be good to go. So, where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. She saved your life, didn't she? Yeah, but what has she done for me lately? No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. Oh, I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault, Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor in, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. I have to tell him. I agree. I think you should tell him. Just not now. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault. I can't do it anymore. Ben, listen. Kenny seems like he's got his shit back together. Because right now he's got a purpose. But he's still in a real bad place. You tell him now, he's gonna lose it. And then we're all screwed. There'll come a time when he's ready to hear it. But it's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Let's talk about the set again. Exactly. You okay, Clem? Yeah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kind of miss it. Being in school. I must have to teach it. Me too. I used to be a teacher, remember? Tell you what. When we found ourselves a safe place, set up a little classroom. Just you and me. Will there be homework? No homework. Where's Molly? She had to go run in air. She'll be back soon. I hope she's okay. She'll be fine. She's pretty tough. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? I think she'll be fine. Yeah. It may take a while, but yeah. I do. Don't you? I hope so. That's good. You hold on to that hope. It's the one thing, that none of this can take away. The last time we spawned right here, I don't know why. Let's talk about Bree. Bree? Bree? Hey, Lee. Thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. No problem. We're all on the same team. Being Crawford. What? If you'd seen what I've seen, you'd feel the same. So you're a cancer survivor, like Vernon and the others. Yeah, I was diagnosed when I was in college. Been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better, when I thought there might be some hope. All this happened. Lost my whole family. I'm the only one who survived. Funny how things work out, huh? How long have you known Vernon? A couple of years. He ran our support group. He was really great, helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together. Kept us alive. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. I don't know what's going on there, but why the trainer has been spawned right now, I don't know what's going on now. I don't know what's going on now. Ratronen-Holse. They've already been fired. They're worthless. And there is a safe. I got two, let's go. He got two, I got one. Okay. Was ist das? Was ist mit den Meden? Haben wir das, was wir brauchen? Ja, das ist unser anderes Problem. Schauen wir mal. Es sieht aus, dass sie alle die Meden in dem Saft gehalten haben. Locked up tight. Können wir die Kombination achten? Es ist ein 4-Digit-Kode. Du machst die Mathe. Ich glaube, sie haben es einfach geschrieben und es hier verlassen, um uns zu finden. Wir sollten versuchen, es öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Okay, du kommst jetzt. Ich schaue dich um, um zu sehen, ob ich etwas sinnvolles finden kann. Genau, das ist interessant. Krankakte. Eine Kassette ist das. Ein Kämmerer. Ein Kämmerer, genau. Ein Kämmerer, genau. Ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir ein Sedat. Es wird die Prozesse einfacher auf dich. Ich will nicht die Prozesse. Ich will mein Baby. Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche dich nicht später zurück, als morgen. Oder ich habe keine Wahl, aber zu informieren über mich. Ich bin sorry. Ich bin es. 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 Wie ist es? Das ist. Wie Molly gesagt. Das ist das. Lea, vielleicht gibt es noch ein Bild. Wir müssen uns schauen. Ich denke, ich bin das Doktor. Er war einer der Walkers aus dem Alley von der Auto Shop. Vielleicht sollte man ihn suchen und sehen, was er auf ihm hat. Moment mal. Die Kassette hat eine Nummer. Da ist ein Code. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist mein Kass. Es ist sehr nahbar. Ich weiß, dass die Grunde ist. Das ist ein Grunde. Ich weiß, aber das sind die Grunde. Sie sagen, es war nur Naja. Sie mir mir etwas für mich, und es ging weg. Das ist mein Problem. Es ist mein Problem. Nicht dein. Wenn Obersen herausfinde, dass ich ein Eviden von einer Krankheit getrennt bin, ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir eine Seditiv. Es wird das Prozedur einfacher für dich. Ich will nicht den Prozedur. Ich will mein Baby. Ich kann nicht das. Ich kann das nicht machen! Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du mit diesem Zeit nehmen. Aber ich brauche, dass du nicht später zurückkommst, als morgen. Oder ich habe keine Wahl, aber mich selbst informieren. Entschuldigung. 82 Na gut, das war's von diesem Part von Let's Play The Walking Dead. Ja, wir werden beim nächsten Part natürlich den Arzt untersuchen. Mal schauen. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich beim Endcard. So, da wären wir jetzt beim Endcard angekommen. Naja, es ist ziemlich merkwürdig gemacht. Weil, warum... Der Arzt da draußen hat erstens Molly... Hast ihn dermaßen... Dermaßen... Ja... Zerhackt? Oder... Noch was gemacht? Aber... Ehrlich... Warum nur? Dieser Arzt hat irgendein dunkles Geheimnis. Und das werden wir mal jetzt ein paar daraus finden. Und... Lasst ruhig einen Daumen nach oben. Genauso wie ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Walking Dead. So... 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 Vielen Dank.